Seit 1991 konzipieren wir erfolgreich Weiterbildungsmaßnahmen, die sich am aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes orientieren und das Ziel verfolgen, die Teilnehmer durch fachlich fundierte Bildung auf die Erfüllung einer ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechenden Arbeit vorzubereiten und sie somit optimal auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Mittlerweile ist das IAL an vielen Standorten vertreten und kann sehr gute Vermittlungsquoten vorweisen. Auch die sehr guten Bestehensquoten bei IHK-Prüfungen zeigen, dass die Teilnehmer des IAL effektiv und sinnvoll unterrichtet werden. Wir legen höchsten Wert auf Qualität und führen laufend interne Qualitätskontrollen durch. Zudem sind das IAL, sein Qualitätsmanagement und seine Kurse von der ZertQA, einer von der Arbeitsagentur anerkannten Stelle, zertifiziert. Als einer der ersten Bildungsträger wurden wir SAP-Bildungspartner und bilden seitdem SAP-Anwender und Berater aus. Diese Zertifizierungen erfreuen sich nach wie vor einer starken Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Auch unsere anderen Kurse orientieren sich inhaltlich an den Anforderungen des Marktes und vermitteln nicht nur die Kenntnisse, die für die jeweilige Berufsgruppe zwingend notwendig sind, sondern darüber hinaus wirkungsvolles Zusatzwissen. Themen wie zum Beispiel CAD, CATIA, DATEV, Wirtschaftsenglisch, die Microsoft Office-Programme, Linux, Photoshop und viele mehr tragen dazu bei, sie umfassend weiterzubilden. Wir behalten nicht nur die fachlichen, sondern auch die technischen und methodisch-didaktischen Veränderungen im Auge. Hier entwickeln wir unsere Konzepte ständig weiter und setzen auf innovative Lösungen. Auch unsere Mitarbeiter werden regelmäßig weiterqualifiziert, um den Teilnehmern tatkräftig zur Seite stehen zu können. Bei der Durchführung unserer Kurse wählen wir den für das jeweilige Thema angemessenen Unterrichtsmethodenmix aus und geben den Teilnehmern die Möglichkeit, über unser Lernmanagementsystem Ilias ihren Lernfortschritt zu dokumentieren und zu verfolgen. Hier finden die Teilnehmer einen großen Pool an prüfungsrelevanten bzw. wichtigen Aufgaben, deren Antworten in Ilias gespeichert werden können und somit ordentlich und strukturiert jederzeit für die Teilnehmer wieder abrufbar sind. Als einer der ersten Bildungsträger haben wir das virtuelle Klassenzimmer eingeführt. Hier wird der Dozent live auf den Teilnehmercomputer übertragen. Der Unterricht wird in Echtzeit durchgeführt. Die Teilnehmer können über Chat, private Messages und Mikrofon mit ihrem Dozent kommunizieren. Als zusätzliches Extra für die Teilnehmer nehmen die Dozenten mehrmals am Tag Unterrichtssequenzen auf, die die Teilnehmer dann bei Bedarf anschauen können. Selbstverständlich stehen neben den Dozenten auch die Mitarbeiter vor Ort für Fragen zu technischen, fachlichen oder organisatorischen Themen zur Verfügung. Das virtuelle Klassenzimmer als innovative und interaktive Plattform bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und ermöglicht es Teilnehmern, während des Kurses eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit neuen Medien und ein neues Selbstbewusstsein in Bezug auf Teamarbeit zu erlangen. Bevor ein Teilnehmer einen Kurs beginnt, laden wir ihn zu einem persönlichen Gespräch in der jeweiligen Niederlassung ein. Wir praktizieren einen ganzheitlichen Ansatz und besprechen mit dem Interessenten seinen Lebenslauf und klären, inwieweit und in welcher Art und Weise seine Vorstellungen erreichbar sind. Dann entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, damit der Teilnehmer nach Teilnahme an dem Kurs seinen Platz auf dem Arbeitsmarkt findet. Die jahrelange Erfahrung in der Weiterbildungsbranche, unsere selbstentwickelten und zertifizierten Konzepte, unser zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie unser motiviertes und qualifiziertes Personal sind ein Garant dafür, dass Sie beim IAL eine an Ihre Bedürfnisse angepasste, zielführende und qualitativ hochwertige Weiterbildung erhalten. Wir messen uns an Ihrem Erfolg. Wir messen uns an Ihrem Erfolg.